leute wir sind zurück bei tankstars das spiel das ich länger nicht mehr gespielt habe ich weiß also aber ich wollte wieder spielen weil ja leute also ich hatte einfach lust drauf leute also ja leute also wenn ihr mehr davon sehen wollt für mehr videos öfter machen um da und abonnieren kosten um es verpassen zu können oha leute und leute was lasst uns weiter machen ihr kennt das bestimmt war vor ich weiß nicht dass er genau vor drei wochen oder vor einem monat oder wie auch immer also ja leute wir machen easy ok hallo kann ich bitte jetzt starten ok was müssen wir hier tun leute ja ich habe keine ahnung gehen wir erstmal zurück hier hin und ja leute und dann dann gehen wir hier rein und übrigens sollte ich ja ich muss mal klarkommen ok weil ich habe länger nicht mehr gespielt also tja also muss ich erst mal gut klarkommen leute so dann oder es lebt leute ist mein akku leer nein ist ja nicht okay gott sei dank machen wir machen wir mal 33 soja 33 ich mache mal die kamera hier hin oder oder hier hin ja bei meinen entwegen hier hin ok leute warte jetzt ich muss mal meine kamera kurz kleiner machen so ok leute der der geht einfach rein das ist total dumm body also ich ich weiß nicht was du hier tust oh was war das denn ok wo dieser fähigkeit war so gute leute ok leute dann treffen wir bitte 24 ok dann haben wir ihn nicht getroffen oh oh mein gott doch ok das war doch nicht so schlecht wie ich dachte und dann also das war schon ok leute ok das er hat mich fast getroffen fast nur das war glück leute also ich gehe ich gehe näher zu denen hin oder slack leute also habe ich zu viele dinge so den hier treffe ich damit das wäre geil ja wohl leute das sieht gut aus für uns heute also ja das ist so komisch ich habe länger nicht mehr gespielt und dann gewinnen wir trotzdem super merkwürdig ich will nicht so gut dann das hier ist das gut ja das war das war schon sehr gut leute und wir haben wir haben gewonnen sehr schön leute und hier leute dann machen wir weiter also ja hallo ok da kommt auch werbung also das ist das blöde aber wir können das kippen gut dann skippen werde werbung weg ja ich muss das natürlich bin ich kann dir spielt ich habe früher das gemocht aber jetzt nicht mal was ist das für ein geiles und jetzt kommt der boss oder was ja ich habe verloren aber aber ich will auch das nicht spielen weil das ist kacke ja leute ich kenne jetzt spiel aber das ist kacke also ja body kann ich bitte jetzt kippen muss ich jetzt ernsthaft jetzt spielen ok leute dann schneide ich das raus also bis gleich leute und wir sind wieder zurück ok leute wer ich hatte paar probleme also ja leute also dafür jetzt habe ich das raus geschneiden weil das macht keinen sinn das hat so lange dauert ok leute dann dann machen wir weiter so und leute ich weiß nicht ob man das so also challenges machen kann also so wie bei both massa ich weiß nicht ob man so ein challenge machen kann also aber ich finde das geil ja mit tanks so besser als mit männer also mit charaktere aber da kann verschiedene waffen ausnehmen bei both massa kann man nicht so ähnlich da kann man nur eine sache nehmen ja oha das war eine starke waffe okay was haben wir noch hier okay wir haben das wir haben noch das hier ich mag diese waffe was ist das oh mein gott perfekt wunderschön wunderschön ich liebe das oh diese waffe war ultra geil das war sehr krass leute ok dann wird er mich treffen oh mein gott 19 schaden ok besser ist gar nicht schätze ich mal so dann gehe gehe ich zu denen hin oh es lebt leute okay das war dumm von mir leider weil ich habe jetzt dann jetzt das zu hoch gemacht das war das war zu hoch also ich mache das niedriger mal oh mein gott er ist eingefroren er kann nichts machen barri du kannst ein echt nichts machen also ich weiß nicht leute aber ich gehe so oh mein gott schaut mal oh mein gott wie geil ist das denn meine waffe ist ultra stark also wir machen heute weiter also also wir also da kann man schätze ich mal ich weiß nicht wie dir dieses spiel geht aber ich habe es erfunden leute ich habe es einfach erfunden okay ja der will dass ich das runterlade nein danke barri ich will nichts hochladen ich habe schon heute ein spiel gefunden aber irgendwie empfinde ich das spiel geil auf jeden fall aber vielleicht morgen ein youtube darüber nein danke dann gibt mir das weg so wir sind bei sechs minuten okay dann machen wir weiter weil das ist keine zeit verschwenden leute er hat wahrscheinlich geld ausgeben ja zu 100 prozent sogar vielleicht ja vielleicht auch nicht vielleicht lege ich auch falsch wer weiß nur 12 schaden habe ich gemacht okay das ein schon wieder was tun die da okay und er hat mich nicht getroffen sehr schön leute dann so mich mal ein bisschen dran und trifft das oh mein gott das trifft wunderschön leute das liebe ich und so kommen wir halt weiter okay leute dieses tank ist so geil was die da haben und was ich habe und schaut mal leute der oh mein gott der wurde so zerstört leute ich kann es euch sagen wenn ich das verlier das wäre so witzig oh mein gott hat ja viel schein gemacht okay dann machen wir so trifft das ja und das war es für dich barri zu 100 prozent okay das kann ich dir nur sagen okay leute also ich weiß nicht leute also also so so also so oft gewinne ich definitiv nicht immer das ist nur manchmal leute ich weiß nicht wie ich immer gewinne hier also ja wir sind jetzt gut dabei okay aber dieses tanks also ich glaube das tank ist so stark und die können nicht so weiter fahren also das ist sein problem anscheinend okay machen wir weiter ich versuche mich gerade zu konzentrieren leute damit ich damit ich kein fehler mache okay okay gegen den okay und leute ich merke das wird nicht so eine gute stelle sein und machen wir sowas ja wunderschön wunderschön leute oh mein gott ja ich glaube ich glaube er hat verkackt ne ich glaube du hast wird wort wirklich verkackt das kann ich dir nur sagen barri oh mein gott aber wir haben nicht getroffen weil das war das war ein bisschen fehler das war ein bisschen dumm von mir meine ich oh mein gott und der trifft nicht aber ist in ordnung leute 150 schaden okay das war doch nicht so schlecht okay der ist da dann machen wir so trifft das genau wunderschön leute und ich liebe diese waffe dort oh mein gott macht bitte noch schaden bitte okay heute mindestens irgendwas okay leute dann wir sind gut dabei leute und er schießt und er trifft nicht genau okay da ist ja das war eine starke waffe aber ich glaube wir können noch gewinnen leute aber es wird es wird oh nein das wird sie doch doch nicht so schwer leute weil ich wollte gerade schwer sagen aber das ist das wird doch nicht so schlecht doch nicht so schwer sein okay dann gehen wir zu den hin schaffen wir es noch nein nicht genug okay dann wir können uns nur so schießen das weiß der typ allerdings offen sich granaten ich habe dieses die ich habe das vor paar jahren gespielt okay können wir bitte oh mann okay dann holen wir unsere und dies uns diese kiste hier ab oh mein gott leute oh mein gott leute ich glaube ich glaube das war's für dich ja das war's hundertprozentig war mit dieser waffe schaut mal leute das wird so easy boom nein oder oh mein gott er hat er das überlebt ist das jetzt ein scherz oder stirbt er verbrennen ja okay leute dann haben wir noch ein das auch gewonnen leute wir sehen echt gut dabei leute also ich habe ich habe es ehrlich gesagt nicht gedacht dass wir so gute dabei sein werden als aber anscheinend schon oh okay okay der macht ein cooler musik aber ich will es irgendwie nicht sehen leute warte mal leute entschuldigung für das hier ich werde das rausschneiden also bis gleich damit es nicht lädt und wir sind wieder zurück okay leute wir ich habe das kurz das spiel neu gestartet damit es nicht so lädt also jetzt wird es auf jeden fall nicht so gut legen aber ja aber es wird jetzt nicht legen ich glaube das war zu krass heute ich glaube wir sollten langsam den video beenden obwohl nein ich mache noch zwei match zwei matches noch okay oder drei nein ich mache diese folge nur 15 minuten okay weil ich mache irgendwie in der letzter zeit mache ich so lange videos also ich muss das auf jeden fall kürzer machen okay und dann schießen wir halt ja leider nicht getroffen aber ist in ordnung um was was ist das ein scherz nein oder bitte trip okay das war nicht so gut leute ich muss auf jeden fall näher gehen okay leute ich bin total gestört ich weiß nicht was er da tut okay dann gehen wir zu dieser waffe ja wir schaffen es was war da drin oh schon wieder diese waffe und das war es für dich glaube ich ja da oh wir haben gewonnen oder komm schon alter alter oh mein gott dieser waffe ist ultra up gut oh mein gott leute das muss ihnen echt wehtun oh der kommt aus dem feuer hallo wieso kamst du nicht raus oh mein gott leute das ist nicht passiert oder what oh ich glaube ich glaube er hat verkackt ne leute ich glaube er hat wort wirklich verkackt ey wir haben gewonnen oder komm schon alter schwäne leute oh mein gott der wurde oh du bist so gut wie tot leute ich kann dir sagen buddy du bist zu hundert prozent tot oh mein gott ich ich glaube ich besiege sie sogar mit dieser waffe schaut mal leute ich gehe zu ihm seiner nähe und ich mache irgendwas witziges schaut mal auf spaß boom das war es für dich sehr schön leute dann war es für dich auch oh das war eine riesige explosion oder hat okay leute dann haben wir dieses match auch gewonnen was ziemlich episch ist ähm 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 nein leute wir haben noch eins match ein match sollte noch reichen wir haben wir gewinnen wir in dieser folge nein leute ich mache lieber diese folge nicht 15 minuten lang ich mache diese folge 16 so leute dann also dann vielleicht vielleicht schaffen wir sogar noch drei matches das wäre ziemlich geil wenn das so schnell geht leute ich bin total gestört wie ich gewinne den ganzen tag das ist sehr gut okay gegen den typen okay ich weiß nicht ob der stark ist ich kann mich schon nicht erinnern okay dann haben wir den erst oh mein gott in den ersten schuss nicht getroffen oh mein gott ist das okay dann machen wir den hier genau leute damit er viel schaden damit wir viel schaden an ihn machen sehr gut oder wirft diese flaschen oh mein gott aber das wird nichts bringt barri okay weil jetzt kommt meine waffe jetzt gehe ich zu denen hin und kriege ich eine starke waffe ja ich glaube schon oder oh mein gott nicht nuke nuke schaut mal leute das war's für den gegner weil oh mein gott oh das ist unnormal leute okay dann drei warte mal 15 minuten gut leute dann machen wir noch eins weil das war ziemlich kurz leute ja machen wir noch ein ein match sollte noch reichen weil leute ich nein leute wir ich beende diese folge obwohl nein ich wir beenden mal diese folge okay leute das war diese folge für mehr videos da zusammen nach oben da abonni unten kosten und ich sehe dich also um kein besser verpassen zu können und ich sehe dich in dem nächsten video wieder baba